Herzlich willkommen zum Expertenvortrag über den richtigen Zeitpunkt für die Maisernte. Und dazu haben wir Karl-Gerd Harms von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen eingeladen. Dieser Vortrag ist live für die Aggersaat-Testbetriebe. Und viele wissen gar nicht, wie groß Aggersaat mittlerweile ist. Die gehören nämlich mittlerweile zu den fünf größten Züchtern bzw. Vertreibern in Deutschland und sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Und das geht natürlich nur mit zufriedenen bzw. begeisterten Kunden. Die größte Sorte ist Halk. Der gehört jetzt auch zu den meistangebauten Sorten in Deutschland. Auch die Sorte hat in den letzten zwei Jahren nochmal deutlich zugelegt. Und hier sieht man nochmal die Entwicklung im Zeitverlauf. Und das Schöne bei der Sorte war, egal ob es trocken oder nass war das Jahr, die Sorte war gut und die Leute waren damit zufrieden und es wurde noch mehr davon verkauft. So, das soll es vorab von mir gewesen sein. Und damit begrüße ich den Karl-Gerd Harms von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und bedanke mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns nochmal ein bisschen Orientierung bezüglich des richtigen Erntezeitpunkts zu geben. Ja, herzlichen Dank, Herr Möller. Erntezeitpunkt Bestimmung bei Silomais. Immer wieder ein spannendes Thema in manchen Jahren ganz besonders. Und da gehört das Jahr 2022 ganz eindeutig mit dazu. Wann erntet man also den Silomais zum richtigen Zeitpunkt? Ja, immer wieder spannend, den richtigen Zeitpunkt auch zu finden. Denn es steht ja nicht dran, ich bin so und so reif, sondern man muss das schon mit geübtem Auge und oder Messwerten dann hinterlegen. Und in einem Jahr wie 2022, wo es so sehr trocken ist, reicht das aus. Das heißt, man tappt, naja, vielleicht nicht vollkommen im Dunkeln, aber es ist auch um einiges schwieriger, wenn die Bestände eben nicht normal entwickelt sind. Damit möchte ich vielleicht einmal einsteigen, dass wir einen kleinen Überblick hier über Niedersachsen bekommen. Wie ist die Abreife? Wie weit sind wir? Stand letzte Woche, also Probenahme 16.8. exakt vor einer Woche. Wir können die Tabelle sehen. Und wir sehen dann hier Standorte etwas weiter nördlich, nördlich von Zeven, hier der Standort Rockstedt, ich hinterlege das mal kurz. Dort sehen wir also Gesamt-TS bei frühen Sorten 25, bei mittelfrühen 24 TS. Und im Kolben sind wir auch noch in den 20ern. Da hat sich in dieser Woche einiges getan. Ich habe die ersten Daten von diesem Standort heute Abend telefonisch schon erfahren können. Da liegen wir also, naja, so beim Kolben jetzt bei 35 und rüber bei den frühen Sorten. Das heißt, da hat sich enorm was getan. Die Kolbenentwicklung ist normalerweise in der Größenordnung 5 pro Woche im TS-Gehalt zu erwarten. In normalen Jahren, aber bei einer Witterung, wie wir sie derzeit haben, ist das schnell mal 1% pro Tag und mehr. Das heißt, wir liegen irgendwo zwischen 7 und 10%, die da passieren können. Der Kolben zeigt eigentlich immer sehr schön die tatsächliche physiologische Entwicklung an, ist relativ wenig von Trockenheit beeinflusst. Anders die Gesamtpflanze bzw. die Westpflanze, was sich dann im Wert der Gesamtpflanze aber ebenfalls widerspiegelt. Denn im Verhältnis zueinander sind auch hier schon die Werte 25 und 24 relativ hoch bei noch gar nicht so weit entwickeltem Kolben. Dazu vielleicht eine andere Grafik, die viele sicherlich aus Niedersinn kennen. Die Mais-Funk. Und wenn man hier oben ein Essfenster für den Kolben, gelb hinterlegt, das ist ab 55%. Das bedeutet, das Erntefenster für Silomais sollte beim Kolben-TS von 55 bis 60% eingestiehlt sein. Das entspricht in der Gesamtpflanze bei normaler Entwicklung dem bekannten 32 bis 35% TS-Gehalt. Der Kolben alleine macht einen Trockenmasse-Anteil, also was den Trockenmasseertrag angeht, von über 50% aus. Das heißt, die Restpflanze, die ist hier unten quasi irgendwo zu verorten, wenn man das mal in der Grafik sich darstellen will. Mit ein paar an 20% normalerweise und im Durchschnitt Restpflanze und Kolben ergibt sich dann dieser Bereich von 32 bis 35%. Jetzt haben wir aktuell das Problem, kann man sagen, wir haben Bestände, ich zeige hier mal ein Bild von einem gar nicht so stark geschädigten Maisbestand, aber wie man ihn häufig findet, die Blätter herben ab und man kann sich es vorstellen, es hängen dort keine besonders großen Kolben an diesen Pflanzen. Ich spitz ein bisschen durchs Bild, vielleicht kann man was erkennen. Und wir haben diese Kolbenanteile, die wir normalerweise sind, sind meist gar nicht letztendlich auf der Fläche und hinten drin. Das heißt, diese Beschnittsbildung wird nicht mehr, muss man sich klar vor Augen führen, das Organ der Kolben gilt oder fällt deutlich kleiner aus. Und das ist eben das, was auch den TS-Wert letztendlich anhebt im Siliergut. Das bedeutet, in der Endkonsequenz vielfach ist man geneigt, zwar den vertrocknenden Mais zu ernten, eine Notbeerntung zu machen, weil ja doch kaum Kolben dran ist und weil die Pflanze schon so, ja, angebrannt sagt man ja so leicht läufig, also leicht verbrannt, vertrocknet aussieht und gar nicht mehr viele grüne Blätter hat. Aber man läuft unheimlich Gefahr, obwohl es ein vertrocknender Bestand ist, dass aus der Silage nachher Sickersaft heraustritt. Und das klingt ein bisschen paradox, aber wir haben hier tatsächlich eine Situation, wo wir unheimlich darauf achten müssen, wie trocken sind die Restpflanzen tatsächlich. Was man machen kann, ist eine Wringprobe. Das bedeutet, man geht an den unteren Stängelabschnitt, grobe Richtung Stiefel- oder Kniehöhe und dort versucht man wirklich diesen Stängel fest anzufassen und auszuwringen. Alle trockene Blätter drumherum abreißen vorher und dann diesen Stängel anfassen und gegeneinander verdrehen und gucken, was passiert. Als grobe Richtung kann man festhalten, wenn dort Saft raustropft, richtig raustropft, dann haben wir TS-Gehalte in der Restpflanze von deutlich unter 25%. Wenn da kein Kolben dran ist, dann kommt massiv Sickersaft. Wenn wir das Ding ausbringen und es schäumt so ein bisschen und wir sehen wohl ein bisschen Feuchtigkeit, aber es tropft uns nicht durch die Finger, dann liegen wir in der Größenordnung, ich sage mal plus minus zwei, das ist immer ein ganz grober Anhaltswert, um 25%. Auch dann müssen wir noch mit Sicherheitsaft rechnen, wenn es ein kolbenloser Bestand ist. Und wenn wir den Stängel auswringen und wir kriegen so annähernd nichts mehr raus, erst dann bewegen wir uns in Richtung 28%, vielleicht 30% TS-Gehalt rein in der Restpflanze. Wenn wir wirklich von Beständen reden oder Teilflächen, an denen kein Kolben dran ist, dann kommt aus diesem wirklich nicht mehr schön aussehenden Mais immer noch Sickersaft raus. Auf der anderen Seite, ziviertechnisch bedingt, müssen wir diesen Bestand relativ fein häckseln, damit wir es überhaupt ordentlich verdichtet kriegen, mit eben diesen schon vertrockneten Anteilen da drin, was natürlich auch ein Sickersaft auftreten begünstigt. Und wir müssen also von vornherein, wenn wir über das Thema Notbeerntung sprechen müssen, daran denken, dass wir einen Sickersaft-Aufgang haben. Idealerweise ist das gar nicht mal unbedingt ein Abfluss auf der Siloplatte, wo es dann aufgefangen und in irgendeiner Weise entsorgt wird. Bei einer Biogasanlage geht das noch, da wird der Saft zumindest noch genutzt, weil er durch die Biogasanlage verwertet werden kann. In einem Milchviehbetrieb tut man gut daran, sich eine andere Unterlage zu suchen, die das Ganze dann aufsaugt, damit das Tier auch diesen doch wertvollen und nährstoffreichen Saft aufnehmen kann. Das kann sein, dass man eine relativ trockene Grassilage drunter legt, aber das kann auch nach einem ertragreichen Jahr wie dem letzten sein, dass man noch Restbestände, Mais-Silage hat, die man dann entweder als Unterlage nutzt oder vielleicht sogar und oder mit dem vertrockneten Mais, der jetzt vorweg gehäckselt werden soll, vermischt. Das hätte siliertechnisch durchaus Vorteile. In recht warmem Material, was jetzt von der Fläche herkommt, gerade an Tagen wie heute, wer heute beispielsweise häckselt, schafft ein Siliergut nach Hause mit über 30 Grad. Das sind nicht die idealen Silierbedingungen, wenn dieses Material vermischt wird mit alter Silage, die relativ kalt in einem Haufen liegt, dann kriegen wir da schon mal bessere Silierbedingungen. Wir haben auch ein vorsiliertes Material mit drin. Auch das hilft uns alles mit. Nichtsdestotrotz sollte man sich trotzdem Gedanken um ein Siliermittel machen, insbesondere um die europä Stabilität nach dem Öffnen dieses Silostocks dann weiter zu verbessern, um Nacherwärmung zu verhindern. Denn die Witterungsbedingungen und auch die Materialbedingungen, die wir im Moment haben bei diesen Beständen und Teilflächen, sind besonders günstig, in Anführungszeichen, um Nacherwärmung zu erzeugen, wenn man diese Haufen öffnet. Wenn man das Ganze vermischt mit einer Silage, die schon oder noch auf dem Bild vorhanden ist, hat das den weiteren Vorteil, gerade im Milchviehbereich, man muss dann nicht irgendwann diesen vertrockneten Mais alleine füttern, sondern man hat ihn halt in Mischung vorliegen mit einem qualitativ hochwertigen Mais, sodass man keine so abrupte Futterumstellung hat auf der einen Seite und natürlich bessere Inhaltsstoffe, als wenn man nur diesen Mais füttern müsste. Das vielleicht so als kleiner Hinweis vorweg oder zu diesem Thema. Natürlich kann man auch Unterlagen aus Heu, aus Stroh, aus Rapsstroh wählen. Der Mischungspartner Trockenschnitzel, den gibt es ja auch nach wie vor noch aus der Zuckerproduktion, aus der Rübenkampagne fällt der ja regelmäßig an und ist eben ein sehr saugfähiges Material, sodass in relativ geringen Mengen Trockenschnitzel, Zugabe relativ viel Sickersaft gebunden werden kann und gleichzeitig natürlich Energie, diesmal natürlich in Form von reinen Zucker, in die Silage reinkommt, die vielleicht auch unter zumindest extremen Bedingungen bei starker Kolbenarmut und stark vertrockneten Beständen die Silage nochmal deutlich aufwerten können. Das vielleicht so als kleiner Exkurs erstmal vorweg, was wir mit den vertrockneten Beständen, ich denke, das ist sicherlich eine Frage, die unter den Nägeln brennt, kann man denke ich ruhig so sagen. Ich nehme einmal kurz die Teilung raus und würde vielleicht nochmal zurückkommen auf die aktuellen Werte. Die haben wir hier, denn ich habe eben natürlich nur ein Beispiel kurz erwähnt zum aktuellen Entwicklungsstand und auch, dass das relativ ordentlich und zügig vorangeht. Aber wir haben auch in anderen Regionen, beispielsweise in der Hildesheimer Börde auf einem 85-Punkte-Boden deutliche Reife, aber auch Trockenerscheinungen. Wir haben also hier die frühen Sorten schon letzte Woche bei 32,5 Prozent TS-Gehalt gehabt. Die werden also Stand heute über 35 erreicht haben. Wir sind mit dem Kolben hier im Schnitt der beiden Sorten, die hier getestet worden sind, bei 47,6 Prozent. Das heißt, die eine war bei 49 und die ist jetzt mit Sicherheit über 55 schon weg. Und am Ende der Woche sind Flügesorten, die, und das ist jetzt wichtig, zu Beginn der letzten Dekade im April schon gesät worden sind, also die pünktlich gesät worden sind, die sind tatsächlich so weit. Ist ein Standort, der hat nicht zu viel Wasser bekommen, der ist aber auch nicht vollkommen vertrocknet. Das sehen wir ganz ähnlich hier am Standort Werte im Emsland, 35 Punkte-Eschboden. Da kam auch noch mal der eine oder andere Schauer vorbei, ist auch ähnlich früh gesät worden. Und auch hier haben wir schon so hohe Gehalte gehabt. Der ist etwa eine Woche zurück. Das ist so der Standort, das ist ganz normal. Der Standort liegt weiter nördlich. Und die Reifeverzögerung, das passt sehr gut zusammen im Verhältnis zum Standort Wurz. Aber hier sehen wir schon erstaunlich hohe Werte. Und auch da sind Bestände, die in der kommenden Woche voraussichtlich schon erntereif werden. Denn hier steht ein Kolben TS von 43 im Schnitt bei den Frühen. Das heißt, da sind wir heute auch schon bei über 50. Geregnet hat es dort auch so gut wie nicht. Wie leider an sehr vielen Standorten, wo mal ein bisschen Regen vorbeikam. Aber eben nicht das, was uns die Bestände nochmal durchgrünen und richtig erholen lässt. Das haben wir vereinzelt gehabt. Klar, es gab Orte mit 30 Gliedern. Es gab auch Orte mit simpelartigen Regenfällen und Überschuhen. Aber viele, viele Ortschaften haben vielleicht die Straße nass bekommen, manchmal nicht mal das. Zu dem Punkt müssten wir eigentlich noch ein bisschen ergänzen, wer sich aktuell dazu entscheidet, den Mais, der auf den leichten Böden steht und so gar nicht mehr gut aussieht, vorzeitig zu ernten. Wenn diese Bestände nochmal einen kleinen Regenschauer bekommen, kurz vor der geplanten Ernte, sollte man im Kopf haben, dass in der Regel auch leichte Niederschlagsereignisse mit um die 5 Liter pro Quadratmeter schon dazu führen, dass sich dieser Stängel unheimlich wieder voll saugt. Das heißt, das Sickersaftproblem, das Aufkommen, schlicht nach solchen Ereignissen unerwartet stark an. Sollte man noch vorbereiten, entweder muss man dann nochmal wieder 2-3 Tage warten, bis die Masse wieder durchgetrocknet sind oder eben entsprechend für saugendes Material sorgen, sodass dieser Sickersaft dann auch aufgefangen wird, in welcher Weise auch immer. Das vielleicht nochmal als kleiner Exkurs. Ansonsten, ja, wir schreiben heute den 23. August, nicht September und dafür sind diese Werte, die wir hier sehen, die sind ja nun schon eine Woche alt, sehr hoch. Das heißt, wir reden über Werte, die noch höher sind als die, die uns hier angezeigt werden. In zwei Tagen gibt es neue oder mit Glück am Ende der Woche bereits im Internet dann neue Erhebungen. Aber man kann natürlich auch das eine oder andere TS-Monitoring folgen, wo mittels NIRS Online auch mit kleinen Auto-Anhängern TS-Proben angeboten werden und auch diese werden häufig veröffentlicht. Und auch dort sieht man Land auf Land ab, dass die Bestände sehr weit sind. Heißt, uns steht eine sehr frühe Ernte bevor. Wer schon Termine zum Häckseln gemacht haben sollte, nach alter Methode, wir haben immer Mitte September gehäckselt, der sollte dringend in die Bestände gehen. Und sich diese genau angucken, das ein oder andere Reifemonitoring vielleicht auch nochmal studieren und dann überlegen, ob diese Termine eventuell auch vorgezogen werden müssen, um nicht über das optimale Selierfenster hinauszuschießen. Denn Bestände, die jenseits der 35% TS-Gehalt aufweisen, werden ja selierbar, sind bei normaler physischer Entwicklung auf jeden Fall stärker verholzt und haben nicht mehr den Futterwert, den wir eigentlich haben wollen und brauchen. Das, denke ich, ist so das Gebote für als sonst raus in die Bestände und versuchen, den optimalen Erntetermin zu erwischen, zu ergattern, kann man auch sagen, beim Unternehmer. Insgesamt zeichnet sich ab, das Bauernband hat es heute kundgetan, dass er etwas schmaler ausfallen wird. Das gilt auf jeden Fall auf den Sandböden, das gilt zum Teil auch auf den Sperrstandorten, ich sage mal in Südniedersachsen, aber auch auf anderen typischen Ackerstandorten, beispielsweise in Teilen von Nordrhein-Westfalen, von deutschen Tiefebenen, zum Teil auf Tiefkulturflächen oder auf Marschböden. Herr Hans, Sie sind schlecht dazu verstehen. Vielleicht können Sie das Video ausmachen, damit geht der Ton dann ein bisschen besser durch. Diese Standorte haben in diesem Jahr in der Regel sehr gute Maisbestände, weil Wasser dort kein... Kann man mich jetzt besser hören? Ja. Also wie gesagt, in eher feuchten Standorten, die in anderen Jahren leicht mal Probleme machen, erwarten wir in diesem Jahr sehr Maiserpflege. Allerdings ist das natürlich nicht die Mehrheit der Flächen, über die man hier spricht. Das soll es von meiner Seite in einem ersten Aufriss gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, diskutieren Sie da gerne nur zu. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.